hallo und herzlich willkommen mein name ist carsten und heute möchte ich dir in einem kurzen video ein addon für browser vorstellen das ist für firefox und für chrome browser gibt und das kleine schöne tool heißt vimium für firefox heißt das teil vimium ff und für chrome einfach vimium und dieses tool versetzt uns die lage statt der maus mit der tastatur zu navigieren jetzt könnte man sich vielleicht fragen ja das ist jetzt vielleicht gar nicht so eine große erleichterung aber wer wirklich viel zum beispiel mit wordpress arbeitet oder viel recherchiert auf webseiten dem wird sich das da bin ich sehr sicher sich sehr schnell erschließen was es für einen enormen nutzen hat mit der maus statt mit der stadt mit der maus mit keyboard also mit der tastatur zu navigieren bevor ich einsteige wie immer hat die ernst gemeinte aufforderung wenn mir das video gefällt sei so gut und like das oder abonniert sogar meinen kanal das motiviert ganz ungemein ansonsten wenn fragen anmerkungen sind oder du eine idee hast worüber ich mal ein tutorial machen könnte hinterlass gerne einen kommentar auf youtube oder auf meiner seite geißler minus design punkt d ok was ist vimium vimium und das sieht man an dem icon hier ist inspiriert und dieses icon sieht man hier oben in meiner menüleiste auch im firefox dieses tool ist inspiriert von einer technologie sag ich mal oder einem text editor der heißt vim und mit vim kann man schon mal in berührung gekommen sein gerade am mac wenn man so ein bisschen mit bash scripting zu tun hat und die idee eben von vim ist dass man komplett ohne maus navigiert und ohne maus texte bearbeitet ich habe hier einfach mal eine seite aufgerufen an der man das ein bisschen innerhalb von seinem tutorial nachvollziehen kann worum es dabei geht im ersten moment ist das sehr kontra intuitiv sozusagen wie vim funktioniert aber darum soll es hier gar nicht gehen sondern ich möchte ganz kurz mal auf die wie ich finde enormen vorteile von diesem add-on für browser eingehen ich habe hier mal eine standard installation von wordpress aufgerufen in meinem firefox in dem ich wie mir um installiert und aktiviert habe ich setzte maus mal unten rechts hin und werde jetzt die nächsten ja weiß ich nicht ja das tutorial eben versuchen nicht zu benutzen und bevor ich einsteige zeigt ihr eben welchen funktionsumfang dieses tool mitbringt und dafür rufe ich mal das fragezeichen auf über shift scharfes s und dann wird werden uns hier diese ganzen kürzel diese tastatur kürzel angezeigt mit den funktionen die ja eben wie mir mitbringt und an dieser stelle sind insbesondere diese beiden finde ich erwähnenswert auch mal link in the current tab kleines f großes machen neuen tab für ein link auf sehr sehr spannend auch sowas ist spannend open bookmark über b oder großes b suchmodus über einen slash dann kann ich nach vorne nach rückwärts suchen ich kann in der history also im verlauf meiner seiten hin und zurück gehen also spannende funktionen aber das was ich sehr sehr viel benutze das ist kleines und vor allem das große f open link in new tab das wenn ich recherchiere wenn ich auf so einer seite wie wordpress also hier im menü von wordpress arbeitet dann eben das kleine f ok ich gehe auf das also ich drücke escape oder hier oben auf das x um dieses diesen screen mit den kürzeln auszublenden und jetzt möchte ich einfach mal das farbschema wechseln von meinem user account hier ich drücke einfach mal f und dann werden mir hier an den ganzen stellen wo links oder eingabe felder wie hier unten möglich sind da mit dem kursor hin zu springen oder anwählbar sind werden kleine buchstaben oder buchstaben kombinationen eingeblendet und die kann ich einfach eingeben damit eben die entsprechende funktion aufgerufen wird so jetzt war ich jedoch wieder mit dem kursor unterwegs ich stellen wieder nach unten rechts wie gesagt farbschema möchte ich wechseln ich gehe ins benutzer menü das ist links der vierte eintrag von unten ich drücke das e und rufe mir das benutzer menü auf ich drücke noch mal f um ins profil reinzukommen a e bin ich da noch mal f ich möchte blau wählen ich drücke a l und jetzt möchte ich im film ändern ich drücke wieder fg auf das d für design drücke f um zugriff auf die teams zu haben ich drücke m ich möchte das aktivieren ich drücke f und wird a s für den button aktivieren eingeblendet a s das wird aktiviert ich möchte mir die seite angucken ich drücke f sl für website ansehen und wenn ich jetzt hier navigieren will auf einer seite dann kann ich das auch weiter machen ich drücke f möchte mir zum beispiel die kontaktseite angucken da wird ein p eingeblendet und so kann ich hier wirklich rasend schnell einfach navigieren wo das tool beschränkung hat oder wo es an die grenzen kommt das sind auf klappen menüs ich weiß jetzt nicht wie es hier ist ich probiere es einfach mal auf aus ich drücke f drücke sj für das ausklappen menü und jetzt noch mal 4 klappt sogar hier könnte ich auch das ausklappen menü über das wm über die funktionalität aufrufen sehr cool ich kann auch in die suche reingehen entweder unten am bildschirmrand oder rechts die lupe aufrufen ich gehe mal unten rein f w und der cursor ist da drin wenn ich da raus will escape taste und kann erneut f drücken um jetzt wieder diese kleinen buchstaben angezeigt zu bekommen extrem cool extrem cool um das noch mal zu zeigen wie das bei einer recherche aussieht ich mache meinen neuen tab übersteuerung t auf firefox und suche jetzt mal meinetwegen wenn tutorial so meine standard suchmaschine ist ecosia macht über aber ist jetzt völlig irrelevant und jetzt kann ich hier diese ganzen links mal aufrufen und wenn ich die in neuen tabs aufrufen will dann gebe ich großes f1 also shift f und jetzt werden wir wieder die kleinen kürzel angegeben und wenn ich die in der mitte jetzt zum beispiel aufrufen möchte wieder das kürzel die buchstaben kombi sm und dann geht geht oben eben der entsprechende link in einem neuen tab auf auch hier kann ich da natürlich weiter navigieren ohne die hände von der tastatur zu nehmen extrem cool also unbedingt ausprobieren wer viel web unterwegs ist ich finde es genial also das ist am anfang ungewohnt aber man gewöhnt sich wie ich finde extrem schnell dran und ja also bei mir ist es so dass ich das vermisse in umgebung wie meinetwegen in design wo es halt diese funktion nicht nicht gibt so schnell geht das in ja in die finger über über einfach dieses vorgehen suchen mit der mit der taste f das war es zum thema wie mir eine super starke super starkes addon für browser wie gesagt wenn dir das video gefallen hat sei so gut und hinterlassen daumen nach oben abonniere meinen channel oder hinterlass einen kommentar auf youtube oder meiner seite geißler-design.de bis dahin tschüssi